Euch stört das bestimmt, dass ich jetzt hier irgendwie mittendrin die Aufnahme zu Ende gemacht habe und wirklich auch sage, ja tschüss und guten Morgen, aber ich versuche das mal so ein bisschen zu verheimlichen. Wer weiß, vielleicht ziehe ich es ja durch, ich habe keine Ahnung. Record ist an, ja ich habe hier mein Stream Deck und das zeigt mir an, wenn die Aufnahme läuft. Ich habe einmal ein Bild von Minerva für den Aufnahmeknopf und dann einmal wie sie im Laufrad rennt, wenn die Aufnahme dann rennt. Und sie rennt gerade, also von daher scheint alles zu laufen, keine Ahnung. Okay, hier scheint noch mehr von dem Zeug zu sein. Das heißt, so nach oben buddeln im Nether macht nicht so viel Sinn offenbar. Aber dann sind wir ja auch mal eine Erfahrung reicher. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier in die Richtung, geradeaus, ist auch irgendwie blöd, weil dann nehme ich hier, ne, guck mal. Da gibt es dann gleich wieder Suppe. Das will doch auch niemand. Einfach mal schön die Füße hier anflemmen, das ist doch Quatsch. Oder warte mal. Ich hatte ja beim letzten Mal diesen Buff von Hyrule oder irgendwie sowas. Ist das, ist das hier, dass ich die Pillager weggerissen habe? Hilft mir das einfach meine Sachen zu behalten, wenn ich sterbe? Sagen die dann, Maddy, du hast so eine gute Tat getan, dass du irgendwelche Eierköpfe hier direkt verhauen hast. Deswegen ernennen wir dich jetzt hier zum super heftig General. Ja, ne. So, Geschichte geht weiter. Ihr habt den ganzen Tag drauf gewartet, deswegen will ich euch nicht auf das Folter spannen. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht. Und deswegen, das ist einfach eine lange Geschichte. Manchmal erzählst du auch, ja, pass mal auf, wir hättest du auch kürzer erzählen können. Ne, manche Geschichten sind einfach lang. Da braucht man auch so ein bisschen Spannungsbogen und alles. Kommt zum Punkt, ist ja auch irgendwie doof, ne. Ich könnte ja auch erzählen, ja, dies, das, bummer, zack. Und danach gehen wir wieder schön aufs Amt und sagen, ja, hast du heute wieder gearbeitet? Alle so, nein, hehehe. Ne, sowas funktioniert ja nicht. Und da wisst ihr ja auch, dass das einfach auch nicht passiert hier. So, äh, wo war ich? Ich hab mit der telefoniert, ich hab gesagt, ja, ähm, dann machen wir doch einen Termin. Und dann, pass auf, es gibt eine Sache, die mich in der Geschichte begleiten wird und die ich nicht bedacht habe, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt in nächster Zeit vielleicht mal einen neuen Rechner haben. Die Dame am Telefon hat mir gesagt, ja, die ist gerade im Urlaub. Ja, ich hab gedacht, scheiße. Stimmt. Das Ding ist hier einfach mitten im Juli abgeraucht. Du wirst einfach nirgendwo irgendjemanden finden, der Zeit für deine Gesuche hat, weil die alle einfach irgendwo in der Hängematte liegen oder was auch immer. Ist ja auch deren gutes Recht. Nur hab ich dann eben das Nachsehen. Aber muss ich dann eben mitleben. Dann hab ich gesagt, okay, wie lange ist die denn im Urlaub? Wann kommen die wieder? Kann man danach was machen? Ja, die ist diese Woche noch im Urlaub. Hab ich gesagt, ja, dann machen wir nächste Woche direkt fix. Ich kann ihnen einen Termin für in drei Wochen anbieten. Äh. Wär ja auch nicht so schlimm gewesen, ne? Allerdings hat dieses eine Telefongespräch mein Zeitmanagement umgeworfen von Rufen sie in zwei Tage vorher nochmal an zu Ich kann ihnen in drei Wochen einen Termin machen. Das ist ja schon Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Vor allen Dingen, wenn man gerade eigentlich irgendwie mal wieder was machen möchte. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin von so einem Rechner abhängig, ne? Weil so die Zeit ohne war auch eine Erfahrung wert, ne? Aber man will doch auch mal wieder ein bisschen was für YouTube und für Streams und so weiter machen. Man hat sich auch dran gewöhnt. Es ist ja Teil des Lebens geworden. Und ich hab euch ja so gern. Da kann das auch nicht aufhören. Auch wenn ich dann direkt mit Videos zurückkomme und dann der erste Kommentar von Manuel Laszlo ist Ja, du bist heute aber auch nicht gut drauf, ne? Weißt du und sonst nix. Hm. Macht dann auch wieder Lust auf mehr. Denke ich auch wieder. Ja, danke schön. Ich kann auch wieder gehen. Das ist genauso, wie wenn du irgendwie auf eine Party gehst. Und dann sagst du, guten Tag. Und dann, wenn du so einen besten Freund hast, der immer mit dir dabei ist. Und wo du so ein bisschen das Gefühl hast, dass die Leute den lieber mögen als ich. Dann kommt die erste Frage. Ach, hallo. Ähm, ist der Ulf auch wieder da? Das ist genauso wie bei mir damals immer. Ah, Maddy, guten Tag. Neues Video von dir. Wann kommt mal wieder was mit Bruga? Das, was du da gerade machst, finde ich doof. Wie wär's, wenn du mal was anderes machst? Ne. Ja, das ist mit der Bruga-Geschichte. Da hab ich ja schon mehrfach drüber geredet. Ähm, ne, aber darum geht's ja jetzt gerade nicht. Ich war dann zurückgeworfen worden. Von zwei Tage zu drei Wochen. Da hat schon so ein bisschen weh getan. Aber das war ja dann auch nicht weiter schlimm. Hab ich die paar Wochen dann gewartet. Und dann war dann endlich der Termin da. Und währenddessen hatte ich halt auch dann genug Zeit, mir ein ordentliches Setup zu überlegen. Und nicht so Hals über Kopf, pass auf, ich geh jetzt hier hin und mach das erst Beste hier fertig. Nee, nee, nee. So, dann hab ich das gemacht. Äh, unter anderem, was heißt hier unter anderem, besonders mit freundlicher Unterstützung von Ara. Mit Ara hab ich das zusammen gemacht. Der hat mir das auch noch erklärt, wie die Komponenten da irgendwie miteinander zusammenhängen und so weiter. Das hat er cool gemacht. Deswegen Grüße gehen raus an Ara Design. Guter Typ. Sehr, wirklich ein netter Typ. Nee, guter Typ. Ja, ist ein guter Junge. Und, ja. So. Dann hatte ich die Zeit und dann war das natürlich alles schon im Warenkorb. Und ich wollte mir den nicht selber zusammenstellen. Ich wollte jetzt nicht sagen, okay, Kinder, schick mal die Bauteile, fertig ist. Irgendwie zu mein Factory gehen und sagen, ja komm, ich nehm mir einfach mal ein bisschen Leim in die Hand und mach das selber. Weil ich genau weiß, dass das schief laufen wird. Melonesermly, was ist denn das? Ja, ich weiß, ihr seid bestimmt jetzt wieder sauer, dass ich selber das Spiel auf Schweizerdeutsch gestellt habe. Und dann darf ich gar nicht mich beschweren über die ganze Sprache, aber doch ein bisschen schon. Ich meine, das ist so wie wenn man, weiß ich nicht, man bestellt irgendwas, wovon man nicht unbedingt weiß, dass es einem schmecken wird. Und dann schmeckt es dann doch nicht. Und dann kann man doch irgendwelche logischen Gründe anführen, warum es einem nicht geschmeckt hat. Ist dann halt für so ein Format dann irgendwie ein Killer. Vielleicht stelle ich es wieder auf Latein, da fühle ich mich wohl. Das ist doch in Ordnung. Ach guck mal, wie viele Glowstone auch rauskommen. Guck mal, ich kann meine ganze Wohnung damit voll machen. Ja, ich weiß, das ist reines Schweizerdeutsch. Habe ich mir lange antrainieren dürfen. So, ich bringe jetzt einfach mal die Sachen wieder zurück. Macht ja keinen Sinn, hier damit rumzulaufen. Sonst habe ich mir da die kompletten Taschen voll und wundere mich, dass ich nichts mehr mitnehmen kann. Und verende irgendwo jämmerlich und dann geht es nicht weiter. Ne, ich erstmal dann zu der Firma, die mir das zusammenstellen wollte. Habe ich gesagt, ist okay. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Der letzte Rechner war davon auch. Und ich konnte da nicht ein Gewährleistungsding machen, weil der einfach schon von 2012 war. Und das, ne, das ist ja einfach auch irgendwann mal Altschrott. Sagen wir mal ehrlich. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach komplett weg. Weil ich auch nicht wusste, wo der Fehler jetzt genau liegt. Weg. Neu. So. Ich kannte die. Für meinen alten Rechner haben die drei Tage gebraucht. Steht auch auf deren Seite so. Drei Tage, fertig ist. Ja. Ich richte das ein. Stell das alle. So. Und dann vergeht eine Woche, ohne dass sich der Status ändert. Eine ganze Woche. Dann kriege ich eine E-Mail. Ja, tut mir leid. Tut uns leid, dass es so lange dauert. Ähm. Wir haben gerade so erhöhte Nachfrage und viele, viele Ange... Viele hier. Viele Anfragen und viele Aufträge und all sowas. Deswegen kann sich alles so ein bisschen verzögern. Ich habe gedacht, ja. Ihr seid doch bestimmt alle im Urlaub, Kinder. Erzähl doch nichts. Von wegen erhöhte Nachfrage. Ne, ne. Das habt ihr doch sonst auch alles immer so gescheit hingekriegt. Ne, aber ist okay. Ist in Ordnung. Ja. Dann... Aber nachdem die E-Mail raus war, haben die dann wahrscheinlich angefangen, Minder zusammenzubauen. Und nach zwei Tagen war es dann auch fertig, dass er im Test war. So. Dann kriege ich Freitag eine E-Mail. Da stand drin. Ja, guten Tag, Herr Baron. Es ist alles fertig. Nice. Funktioniert auch alles. Ähm. Wenn sie diese E-Mail vor 14 Uhr kriegen, ist ihr Produkt, ihr Kauf mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon unserem Logistikpartner DAL zugestellt worden. Habe ich gedacht, cool. Wie viel Uhr haben wir es denn? Ich gucke auf die Uhr. 16 Uhr 1. Auf dem Freitag war das. Samstag arbeiten die nicht. Ach. Ich meine, die sollen ja auch nicht Samstag arbeiten. Aber das Timing war schon ein bisschen doof. Und ich habe wirklich gedacht, na, na, okay. Ja, du kannst es jetzt nicht ändern. Ist in Ordnung. So. Dann. Bisschen Woche drauf gewartet. Das war ja auch immer so. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob diese Woche der Rechner schon da ist. Keine Ahnung. Ich sage, in drei Tagen ist er fertig. Und Ware halt auch nicht, ne. Ist aber auch okay, wenn die sich Zeit lassen. Das ist ja immerhin ein Qualitätsprodukt, was sehr lange halten soll. Das sage ich ja auch nichts. Aber der richtige Clou bei der Geschichte kommt nämlich jetzt erst. Dann war das nämlich bei DAL. So. Und nennen wir mal einen, der sagt, boah. Transport von irgendwelchen Waren von A nach B läuft immer gut. Immer. Das ist Quatsch. Das sagt niemand. Ich kenne niemanden, der das sagt. Wenn doch. Ja, Lüge. So. Dann lehne ich mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, ne. Aber manchmal muss man auch mal erzählen. So. Was ist das? Ist das hier ein Omenü? Kann ich das irgendwo hinhängen oder was? Kann ich das da hinhängen und sagen, pass auf, ich habe zwei Jungs von euch schon geschlachtet und du bist auch gleich dran? Jetzt guckt da so ein böser Ritter aus hier. Wie heißt das Spiel noch? Nicht Battleblock Theater, sondern hier, ihr wisst schon. Shovel Knight. Ihr wisst schon. Ihr wisst doch, wie das heißt, Mann. Mini Knights. Das mit den, dieses Sidescroller, wo du dich dann prügeln musst. Sehr akkurate Beschreibung für einfach jedes Spiel, was im Steam Store ist. Aber ist okay. Wir sind alle informiert. Wir wissen noch, was es ist. Meat, see, do weed. Ist eigentlich, äh, gefletschtes hier auch. Ne, ne? Ist das hier? Wo mache ich das Leder hin? Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach hier. Stört ja niemanden. So. Und jetzt den ganzen anderen Quatsch hier. So, das brauche ich definitiv auch nicht mehr. Hier, die Kabel. Quatsch hier. Schigi Erde, andere Steine. Kabel, Kabel, ist das auch Treppe? Weiß es nie. So. Ja, dann ist das jetzt da drin. Okay, es war jetzt bei der DAL. Ja, Montag ist es da zur DAL. Ich kriege eine E-Mail am Montagabend. So gegen 19 Uhr habe ich die gekriegt. Dass es jetzt bei der DAL ist. Da habe ich gedacht, cool. Geil. Dann, es stand auch drin, erfahrungsgemäß. Ist es dann in zwei Tagen da. Ich gedacht, ist es einfach auch so erfahrungsgemäß. Ist so ein Wort, was ich innerhalb dieser Transaktionsprozesse, die ich da hatte, schon sehr häufig gehört habe. Und was einfach auch niemals in irgendeiner Art und Weise mit Wahrheit zu tun hatte. Deswegen sind wir aber mal ein bisschen geschmeidig. Ist ja in Ordnung. Hallo Scherzen. Und dann habe ich gedacht, ja gut. War das da dann mal eben. Dann kriegt ihr immer, äh, ja. Voraussichtliche Zustellung wäre dann am Donnerstag. Ist ja auch okay, ne? Voraussichtlich zwei Tage plus eins ist immer noch in Ordnung. Kann man immer noch machen. Yes. Die Geschichte geht halt noch weiter, ne? Ja, das habt ihr euch wahrscheinlich schon getan. Aber wie gesagt, es ist einfach... Das Problem bei der Sache ist einfach, dass dann immer diese ersten Erwartungen geweckt wurden. Und dann hinterher diese Erwartungen nicht eingehalten wurden. Aber nach dem Krieg werden ja die Toten gesäelt und am Ende war alles nicht so schlimm. Wir haben es ja gemerkt. Das Produkt ist da. Alles nicht so richtig hundertprozentig gelaufen. Aber im Endeffekt, komm. Es gibt doch auch bei weitem Schlimmeres. So. Ich habe euch jetzt schon tausendmal daraus geredet, dass ich nicht wieder als Meckermette hier dargestellt werde. Was ich in letzter Zeit sehr oft werde. Das ist ja auch Quatsch. Weil, ne? Guck mal, ich bin einfach entspannt. Das ist gut. Ich hatte Sport gehabt. Easy. Kann ich hier einfach mal so eine Kieslawine starten. Dass einfach so der komplette Berg hier runterfällt. Das hätte ich jetzt gern. So, da muss ich aber aufpassen. Ich kenne das. Sich so ein bisschen um die Ecke zu schleichen hier in Minecraft endet gerne mal mit dem Tod. Und vor allen Dingen, wenn man dabei in den Lava fallen kann. Dann ist das super belastend. Guck mal, wenn ich jetzt hier rangehe, dann bricht doch alles runter hier. Ja, siehste. Und deswegen sage ich, aufpassen. So, was ist das da? Das ist doch Soul Sand, oder nicht? Das will ich haben, Digga. Das nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was Soul Sand ist, ne? Das klingt so ein bisschen wie so ein Album von den Blues Brothers. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Ich habe keine Schaufel mit. Die habe ich gerade eben weggestellt. Habe ich denn irgendwas, um eine Schaufel zu bauen? Nein. Kann ich das einfach so mitnehmen? Das Ding ist da... Ne, das ist nicht der Soul Sand, wo du so langsam noch... Ich würde doch niemals so einen Sand bei mir in die Bude schütten. Der klaut doch irgendwelche Sachen, die ich im Nachleben auch noch brauche. Das ist doch Quatsch. Gruselig ist das. So, weißt du was? Ich habe einen neuen Rechner. Arschlecken jetzt. Wo ist denn hier die Sichtweite? Komm, bring mal auf Vollmass hier. 48 Chunks hier. Big Chunkes, Alter. Hier, ihr seht das Setup hier. Da. GeForce RDX 2060. Da werden alle sagen, nö, wieso hast du nicht? Wie ist denn Minecraft ruckelt? Schon gut. Aber ich nehme auch gleichzeitig auf. Und... Ja, das hat sich jetzt nicht wirklich geändert mit der Sichtweite hier, ne? Es ist einfach nur langsamer geworden. Dann machen wir das mal wieder auf irgendwie 20 Chunks zurück. Big Chunkes hat hier keine Stelle. Ja, guck mal, es ist doch einfach unwesentlich weniger jetzt. Das... Aber ist auch nicht so schlimm. Dann gehen wir einfach in die andere Rechnung. So, ich kriege eine E-Mail. Stand drin. Äh, ihre Sendung liegt jetzt im GVZ in Bremen. So. Und da habe ich nämlich mal gegoogelt. Weil ich wollte... Nenn mich einfach blöd, ne? Ist in Ordnung. Aber ich wollte einfach wissen, was da abgeht. Und ich habe dann erstmal auf Userberichte GVZ Bremen geguckt. Und was soll ich sagen? Es war schlimmer, als wenn du deine Symptome irgendwie bei Google eingibst. Wenn du irgendwie einen Schmerzen im Fuß hast oder so. Dann steht ja auch immer... Was ihr kleiner C juckt. Gehen sie mal in den Baumarkt. Holen sie mal eine Säge. So. Genau so war das da jedes Mal, ne? Und so war das dann im Güterverteilungszentrum in Bremen auch. Sehr lange. Und dann Weserkurier. Werden die Weihnachtsgeschenke jemals ankommen? Man weiß es nicht. Hier sitzt da natürlich... Du erreichst da auch niemanden. Und da stand da drin. Ja, wenn ihnen das zu lange dauert. Nach 10 Tagen können sie beim... Bei demjenigen, der das losgeschickt hat. Der kann dann eine Suchanfrage stellen. Nach 10... Oder nach einer Woche 10 Tagen. Irgendwie sowas. Also die genaue Zahl interessiert jetzt gerade niemanden. Also. Ja. Dann war das so. Und ich gucke dann. Ja. Vielleicht ist das ja, ne? Es beschweren sich ja auch... Es stehen ja auch immer nur die Meinungen von Leuten drin, die sich beschweren. Und bei denen, wo alles lief, steht halt nichts. Ist irgendjemand mal hingegangen und hat gesagt, boah, das Güterverteilungszentrum, ne? Das war aber gut. Nee. Solche Orte erhalten doch per se niemals eine positive Bewertung irgendwo. Das passiert doch eigentlich nicht. Das ist ein undankbares Ding. Ich weiß. Aber das ist... Es wird doch einfach niemals so geschehen, dass da eine positive Bewertung dann lassen wird. Es ist einfach jedes Mal, nö, 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 nicht gekommen, scheiße, alle doof, bla bla bla. So ist es doch immer. So, apropos alle doof. Ich hab vergessen, wo mein Tor war. Ich glaube, es war da unten. Ich glaube, hier unten ist so eine Insel und dann kann ich da zurück. So. Ist das meine Insel hier? Ne, da hinten ist meine Insel. Guck mal. Das ist sie. Ich wollte eigentlich eine Festung finden. Eigentlich. Aber ich hab das eigentlich schon aufgegeben. Eigentlich hab ich es schon aufgegeben. So. Ich erzähl die Geschichte jetzt noch zu Ende. Und wenn die Folge länger dauert, ist mir egal. Äh. Hallo? Achso, ich hab versehentlich... Ja, ja. Okay. Ich warte. Donnerstag sollte es ankommen. Es wird Dienstag. Ja. Ist da was passiert? Nö. So. Es wird Mittwoch. Ist was passiert? Nö. Es liegt da einfach immer noch rum. Einen Warenwert von knapp 2000 Euro. Ja, ist okay. Lass halt einfach mal irgendwo liegen. Ich weiß... Ich fand es soll auch passieren. Ja. Es wird Donnerstag. Nix. Abends dann, am Donnerstag, wurde erst einfach der, ähm, antizipierte Termin einfach gelöscht. Es stand da einfach nicht mehr Donnerstag. Es stand da einfach gar nichts. Und, ähm, kein Scheiß jetzt. Kurz darauf war einfach die Sendungsnummer auch nicht mehr bei DAL auf. Er war einfach nicht mehr da. So. Dann fingen aber die Alarmglocken an. Das war, äh, das war wirklich der Moment, wo ich gedacht hab, mh, mh, mh. Gerade ins Verteilfahrzeug geladen. Ist da dabei, wird voraussichtlich heute zugestellt. Das war am Freitag. Ich dachte, yes! Siehste. Hat sich meine, mein Nichtbeschweren ja gelohnt. So. Ich mach da, ich mach jetzt die Denzel-Methode hier. Er hat gesagt, du musst so lange auf ihn drauf rumkloppen, bis er weg ist. Weil dann kann er sich auch nicht weg teleportieren. Und es funktioniert gut. Nichts erwarten von wegen, bis er da... Ja, guck mal, der andere haut schon ab. Der hat einfach auch schon keinen Bock mehr. Der hat genau gesehen, was mit seinem Bruder hier passiert ist. Will er nicht haben. Ich muss jetzt, ich muss jetzt zu Ende erzählen. Ähm. Weiter. Ja, war, ist da drin geladen. Ich hatte auch noch einen anderen Brief, auf den ich gewartet hatte. Und das war alles sehr wichtig. Wollte ich alles haben. Und ich war dann immer regelmäßig am Postkasten. Und irgendein, ich weiß ja, um 11 Uhr kommt normalerweise DAL, kam nicht. 12 Uhr kam nicht. 13 Uhr kam nicht. 14 Uhr kam auch nicht. Ich hab gedacht, ja. Okay. Bin ich irgendwann raus, so gegen halb, halb drei. Und dann hab ich einfach gesehen, wie hinten rechts das DAL-Fahrzeug stand. Einfach irgendwie so, gerade auf dem Weg in eine andere Straße einzubiegen. Muss da einfach an unserer Straße halt vorbei. Also ist da durchgefahren. Ja. Ich mein, ich verstehe das, ne. So ein, so eine, so eine Kiste mit so einem Rechner drin ist halt auch schwer. Schwer und sperrig. Ja. Und dann hab ich gedacht, ja, läufst du hinterher? Ne, 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 du kriegst den niemals. Da hinten ist die Landstraße, da brettert der einfach durch und der ist weg. So. Irgendwann bin ich nochmal zum Briefkasten runter. Ich glaube, anderthalb Stunden später war das oder so. Und dann seh ich ihn einfach, den DAL-Wagen, wie er einfach links steht. Irgendwie auch nochmal, weiß ich, so fast auf dem Weg in die nächste Einfahrt da. So. Hab ich aber gesagt so. Ja, bin ich hier nachher. Hab ich gesagt, guten Tag, hier. Ich hab hier ne Sendungsverfolgungsnummer. Hier steht, dass der in diesem Wagen ist. Oh ja, haben wir wohl ver... Ja, ist uns nicht aufgefallen. Hm. Genau. Hattet ihr einfach gar keinen Bock zu schleppen. So. Ende vom Lied natürlich jetzt. Die wollten das nicht schleppen. Und was die jetzt machen mussten, die beiden, einfach nicht irgendwie vor der Haustür parken und dann einfach nur in... Ja, quasi vor die Tür stellen. Sondern, einfach mal so zwei, drei Straßen weitertragen, das Ding. Weil du kannst doch nicht einfach dann auch noch mit dem Auto da zurückfahren. Was ist das denn für ein Armutszeugnis? Vor allen Dingen mit Wänden, das ist auch scheiße. Dann mussten die das einfach tragen. So. Hehe. Und ich glaube, die haben über mich geflucht. Mag sein. Aber, ich glaube, wenn die so ein bisschen in sich hineinforschen, wissen die, das mussten wir nur machen, weil wir einfach keinen Bock hatten, das zu tragen und weil wir einfach mal wieder ein Arschloch sein wollen. Und, dann kam direkt die Klatsche. Und die Klatsche hatte den Namen Wettbaron. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann klatschen mal auf den Like-Button und wir gucken mal morgen weiter. Komm, 21 Minuten. Hoffentlich seht ihr dieses Video auch, weil ich trau dem Braten noch nicht. Ähm, ja, hat aber auch Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal bauen wir wieder oder sowas. Oder suchen nochmal ein Fortress. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu finden? Kann man da sagen, pass auf, mit Strategie A funktioniert das immer? Wäre natürlich nice, aber vielleicht klappt das ja doch nicht. Naja. Viel zu tun, viele Ideen. Wir müssen ja auch noch den Marktplatz bauen. Wir haben so viele Sachen zu machen. Guck mal, dieses Haus hier. Wie lange wir dafür geschuftet haben. Und jetzt steht es da einfach. Und niemand sieht's. Doch ihr. Genießt es. Grüße gehen raus an El Maxo, der gesagt hat, das sieht schön aus. Ha! Ha! Ha!